Spätzünder, vergessen aufzunehmen. Spätzünder, schau mal 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 aufzunehmen. Schau mal aufzunehmen. Erst macht er ja, oh ich komme und dann zieht er wieder zurück, ja, ja. Ich sehe, dass das Minion ja genau vorne ist. Das war's für heute. wie leistet du dich rein ich hab nichts mehr nein blocken einfach nur ein weglaufen dass er den nicht schießen kann ja wie da hat er sich hat nichts mehr nichts mit zu tun nur innen hinlaufen ich bin beim ersten aus dem tor ich hab noch ein weit weg die minions hier An ally has been slain. An enemy has been slain. Your turret has been destroyed. My turret has been destroyed. I'm going to go through. I'm going to go through the firewood. I'm going to go through the firewood. Warum jetzt den Drake? Natürlich krieg ich den Tauschen ab Keine Stimme Ich habe den Tauschen Lass ihn mir vor Ich bin die Das kann doch nicht! Wie kann der das denn? Oh mein Gott! Wie kann der denn das bisschen mit 100 HP und dann noch mal wieder 200 HP? Bullshit! Ist der denn hier rausgehauen oder so? Hm? Scheiße mein Heal ist hier nicht raus! Wow wow Oh Ich laufe. Die Wunder ist wieder da. Da ist ein Wort. Wie voll sie hier ist, Alter. Wenn ich ihn jetzt gucke, ist das nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich hab da nicht so rechten. Der ist gerade ein bisschen wichtiger. Problemmordhilfe ich glaube schaffst du nicht die Deinemdrehen Oh, nein. Ich hab ja auch kein Equip. Das sieht so viel aus, ey. Oh, schönes Ding. Und jetzt packen wir den Partner. Äh, bin es noch lange. Und jetzt packen wir den Partner. 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 und mit ja was wir da noch Schade, schade. Ah, ich kam da nicht mehr weg. Die Rippen und schön. Natürlich läuft jetzt die Krabbe davor. Vorhin stun die Sotischen Laudiläure. Ah, schön schön. So, sind wir in der Topland zwischen hier? Da, das da muss getuscht werden. Die Botland ist nicht verpasst. Okay. Komm zu dir. Hey, er Morph rein. Dankeschön! Das wäre gut hier. Gut hier. Das wär gut hier. Das辛苦 immer noch palliiert. die beiden fahrten drum schönes ding schönes ding weggesnaped schade wollten sie gar nicht mehr hin schade das müssen wir reißen schade 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 schmeiß rein was ihr nicht habt schade 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 ich kann nicht springen 16 Sekunden ich habe schon wieder gesprungen habe ich von ihr wegkommen was ich nicht habe kann ich nicht nutzen ich wäre schon zehnmal gesprungen in der Zeit schade und wir machen wieder alleingang gegen jemand der ulti hat Das ist ja verkehrt, dass wir die eigentlich nicht spalten würden. Stimmt's dann. Zieht mir einen ran an den Mann, wir machen ihn weg. Dann ist jemand, der in die Fuscht ist. Oh, die fache. Oh, die fache. Oh, die fache. die halt total ausgedingt, weil dieser Rekong is bad as fuck und, na 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 Oh, die rennen immer rein Ich erhiss halt, die rennen auch nicht Warum sollen wir weggehen, wenn die uns erwarten? Die können wir nicht feilen Nicht mit der Keilende, die Keilend umzieht Leute Ja, ist klar Jetzt holt ihr auch Nächsten da So, kommt Das da Das kannst du ja gleich holen Ich mach ja nichts aus Nicht ein einziger geht da hin Zu geil Dann wenigstens Drake Komm, wir haben jetzt noch Keine Ahnung, x Sekunden Vorsprung Wollt ihr die Feuerwehr sehen? Ich könnte einfach in den Wir müssen ganz genau das, die mehr Schaden haben, als wir Nee, dass wir nicht Ja, das aber auch, dass wir nicht koordiniert sind Jetzt geht er doch da raus und rennt ich da rein Idioten Ja, holt raus Aber gut getroffen Ich hab Angst vor dem Scheiß stunn Ich hab Angst vor dem Scheiß stunn Jetzt habe ich Services Das underneath Jetzt fällt dir die Uni raus Den da Jetzt den da Wind ц態 Jetzt hat er spray Ich hab Angst vor dem Jetzt raus dieulti raus Jetzt fällt dir die Ulti raus Boah. Jaaa. Wir sind jetzt wieder wegge- das wär der Hammer gewesen ey. Wir würden schon mindestens 10 Level haben. Sonst ist es aber nicht gut verloren. Die Gewinner sind nicht so schlimm. Wir können jetzt den Baron eigentlich holen. Die müssen defen. Die müssen Top-Lane defen, die müssen Bot-Lane defen und die Mid-Lane defen. Na gut, dann nicht. Dann fahr' mich jetzt halt noch ein paar Sachen ab. Ja, das sind ja keine Minions, die ich verarmen kann. Oh, ich komme mit. Oh, da ist er wieder alleine. LOL Ich bin ja immer so schlau, weil ich kriege mich ja wieder alleine gegen uns. Ne. Nononononono, was ist er? Ah, scheiße, er hat einen Ultilock gehabt. Warum gehen wir da rein? Warum nicht? Ja, wenn wir nicht mitgegangen haben, wären die schon noch schneller gestorben. Nein, zwei Lass gegen uns. Ach, den oberen Fingern kann ich nicht vor uns. Wie soll man denn da rein? Wenn der Vuko und der Dings einfach übelst reinjolos. Wie soll man denn da so schnell nachkommen ohne Speedbach? Wie soll das funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Wie steh' ich gar nicht. Tja, die waren einfach besser in Tieffeld. Wir müssen alles drum machen, um die beiden aufzuhalten. Udyr und Wukong sind immer voll vorne und immer alleine zu zweit irgendwo rumfighten. Naja. So ist es halt. Dielen hier. Dielen.